All-Inclusive das ist Masthaltung mit Poolbetrieb. All-Inclusive wird nur Dankeschön angeboten. All-Inclusive wird nur angeboten in Ländern die ausschließlich mit Essen punkten können. Da heißt es oftmals im Katalog okay draußen werden sie erschossen aber drinnen gibt's Pudding. Das ist kein Argument für... Ja ist doch so. Wer braucht 28 Mahlzeiten am Tag? Kannst du wie eine Boa Constrictor und bleib Brot runterschmieren? Das ist genau wie Kreuzfahrten das. Was für die kann ich das aufmachen? Wie viel kann man fressen? Ich sage viel. Aber ich kann mich auch mit wenig bescheiden. Ich brauche das nicht. Ich hab zu Hause immer so ein bisschen Nippon. Irgendwann werden wir gesponsert von dem Verein.